Musik 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 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich, dass wir weiterfahren dürfen in unserem Thema mit dem himmlischen Vater. Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater zu uns hat, die er uns geschenkt hat in seinem Sohn. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. So dürfen wir näher hineinkommen. Gestern haben wir wirklich betrachtet diese Schönheit des Schöpfers unseres Vaters, der alles ins Dasein gerufen hat aus dem Nichts. Und als Krone der Schöpfung hat er den Menschen erschaffen nach seinem Bild und Gleichnis. Darin dürfen wir darüber nachdenken, ganz besonders jetzt auch in diesem Vortrag, dieser ewige Heilsplan des Vaters auf die Sünde. Was das Innerste des Vaters, sein Wesen, uns zeigt, was er für eine Antwort gibt, auf die Sünde. Wisst ihr, wenn die Kinder irgendwo in Problemen sind, dann ist es so, dann kommt das Innerste der Eltern heraus, was sie für eine Liebe haben für die Kinder, was sie bereit sind, alles irgendwo in die Wege zu leiten, dass sie wieder auf gerade Wege gehen. Das dürfen wir jetzt betrachten und der Allmächtige Gott möge uns, der Vater möge seinen Segen zu uns allen bringen, damit wir das alles richtig verstehen und im Herzen erwägen können, im Herzen betrachten können, auch wie Maria, die den Schutzmantel um uns legen soll und das kostbare Blut des Sohnes uns umschließt und uns in die ganze Wahrheit im Heiligen Geist einführt. Im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Amen. Also wir haben betrachtet diese Wahrheit, dass alles von Gott hervorgeht. Wie wir gestern gehört haben, das Wunder aller Wunder ist, dass nicht nichts ist. Es ist etwas. Manche Philosophen haben sogar gesagt, nein, es ist alles eine Fata Morgana, es ist alles Schein, was wir da denken, es ist irgendwie nicht echt. Und dann hat ein mancher diesem Philosoph dann wirklich wunderbar widerlegt, dann sagte er, da vorne steht ein Baum. Wenn der wirklich eine Täuschung wäre, dann prüfen wir jetzt und machen mal eine Probe. Jetzt laufen sie mal los und man hat ihm die Augen verhüllt mit einem Tuch und dann ist er losgelaufen in diese Richtung. Und dann stieß er sich natürlich glatt weg an diesem Baum an und merkte, es ist keine Täuschung. Es ist was da. Versteht ihr? Manche sind so weit gekommen, dass sie leugnen, dass das gar nicht so echt ist und wir täuschen uns wirklich. Was da draußen ist, aber es ist echt. Du kannst den Baum anfassen, der ist da. Du läufst wirklich mit dem Kopf dann gegen den Baum und du spürst, da ist was da. Wir können es nicht leugnen. Und dass etwas da ist, das ist das Wunder. Peter, gibt es eine ewige Materie, die sich wirklich selbst organisiert? Das stimmt, wenn sie ewig ist. Aber wir sehen diese Gesetzmäßigkeiten nicht in der Materie, dass sie sich selbst aufbaut, dass sie Leben hervorbringt. So wie die Evolutionisten auch denken, die Selbstorganisation der Materie und dann die Geistwerdung der Materie im Menschen. Unbewusst, was die Materie macht, aber letztlich in allem nur den einen Schöpfer wegzustreichen und ihn wegzurationalisieren und ein Gedankensystem zu machen, das Gott letztlich leugnet. Es ist wirklich unheimlich. Mehr, dass man darüber nachdenkt, ist eigentlich die Evolutionstheorie eine Pervertierung, eine Negierung, eine totale Ablehnung des Schöpfers des Vaters. Eine größere Negierung können wir gar nicht tun, versteht ihr? Indem wir sagen, statt er, das Nichts. Daran glauben wir. Aber nicht mehr an ihn. Merkt ihr, wie das eine Negierung ist? Da hebeln wir uns selbst aus, wenn wir dann ganz materialistisch im Grunde eine Gesellschaft aufbauen. Ich glaube, das hat er nicht verdient, weil es ja wirklich so ist, perfekt. Es funktioniert und Leben kann auch keiner machen. Die Wissenschaftler nicht. Sie kommen auch nicht hinter das Geheimnis des Lebens, weil Leben kann nur der Schöpfer machen. Das unterscheidet uns vom Schöpfer, dass wir kein Leben machen können. Das können wir uns nur schenken lassen, dieses Leben. Du bist selbst ein Geschenk vom Schöpfer, dass du leben kannst. Das darfst du annehmen. Das ist das Schöne, dass der Vater das alles hervorgerufen hat und der Weg ist wieder frei. Diese Evolutionstheorie ist widerlegt, wissenschaftlich widerlegt. Ich habe gestern schon gesagt, ich durfte wirklich acht Semester studieren und ich bin auf kein anderes Ergebnis gekommen. Und all diese Theorien, es ist nur eine Theorie und eine Theorie ist so lange eine Theorie, bis sie widerlegt ist. Aber dann beginnt erst das Forschen, versteht ihr, von Forschern, die gläubig sind, die dann irgendwie erkennen wollen, Vater, wie hast du das gemacht? Nicht, dass es eine Selbstorganisation der Materie ist. Nein, Vater, wie hast du das gemacht? Das musst du uns zeigen. Und meine Lieben, das hat bis vor ein paar hundert Jahren die ganze Schöpfung gedacht, dass am Anfang der Vater steht, der er erschaffen hat. Das ist eine neuere Geistesströmung, die im Grunde ihn leugnet. Aber es werden ja viele auftreten, die ihn leugnen und den Sohn leugnen. Das ist auch eine Leugnung, den Schöpfer zu leugnen, dass es ihn gar nicht gibt. Und dass alles so aus dem Nichts hervorgekommen ist, eine Leugnung. Wir müssen doch an ihn glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wisst ihr, was das heißt? Eigentlich schon von Glaubensbekenntnis dürften wir gar nicht glauben an die Evolutionstheorie. Und doch wird es überall gelehrt, in allen Schulen, und dann noch falsch, versteht ihr, in einer Lüge, teilweise, wo es keine Wissenschaftlichkeit ist, wo so eine Macht dahinter steht, und sagt, nein, lieber nicht. Es kann ja gar nicht sein, dass es einen Gott gibt. Merkt ihr? Das geht nicht. Da müssen wir wieder ganz durchkommen, ihn nicht zu leugnen, sondern ihn zu bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir müssen bei dem bleiben. Das haben 2000 Jahre Menschen gebetet, da sind sie gestorben dafür. Da haben sie ihr Leben hingegeben. Und wir werfen das alles in den Abfalleimer. Das geht nicht. Oder hat uns Gott belogen? 1800 Jahre vielleicht. Oder seit es diese Evolutionstheorie gibt. Hat Gott uns belogen? Ja, es muss wieder durchdringen. Dieser schöne Glaube an den Schöpfer, der alles ins Dasein gerufen hat. Aber in dieser Schöpfung ist sie das hineingekommen, was uns ganz schön zu schaffen macht. Das ist wirklich diese Erbsünde, die der Vater nicht gewollt hat, weil er den Menschen schuf, eben nach seinem Bild und Gleichnis, in der Freiheit, die er ihm gegeben hat. Das leugnet keiner auf der ganzen Welt. Auch nicht die Atheisten. Jeder will frei sein. Jeder will das Recht haben, frei zu sein und zu tun und zu lassen, was er will. Auch irgendwo zu lieben, weil die Freiheit ist Voraussetzung für die Liebe. Wenn wir nur Automaten wären, die eigentlich nur so reagieren, dass du da drauf drückst und dann hast du so zu funktionieren. Wenn wir solche Geschöpfe wären, wie Marionetten, die einfach nur so funktionieren, dann hätten wir die Würde nicht. Das siehst du auch darin, dass eigentlich, wenn der Vater alles so wunderbar erschaffen hat, dass es doch Menschen gibt, die sagen, nein, ich glaube nicht. Ich leugne das. Das zeigt eigentlich schon, dass wir eine Freiheit haben, wo wir sogar uns gegen unseren eigenen Ursprung verwenden können und ihn leugnen. Unser eigener Ursprung verleugnen wir. Das zeigt eigentlich die Freiheit. Ja, das ist schon der Beweis der Freiheit. Entweder tue ich dann mit meiner Zustimmung in Lieben oder in Verwerfen. Zwei Möglichkeiten, die zwei Möglichkeiten gibt es, andere nicht. Aber dann entziehen wir uns in einem Materialismus. Wir wissen, wo er hingekommen ist. Der Materialismus. Dann entziehen wir uns in jedem Boden. Dann ist der Mensch nur eine Maschine von Chemie und Physik, die funktioniert. Da kannst du ihn klonen. Da kannst du alles Mögliche machen. Da ist nicht mehr ein Abbild Gottes, sondern nur noch Materialist. Materialismus. Wo wir da hinkommen, das wissen wir, das sehen wir wirklich im Tiefsten in der ganzen Gesellschaft. Also in Abwege und Irrwege bis zur Selbstzerstörung. Selbstzerstörung. Aber die Liebe zum Vater bringt uns in jene Identität und jene wahre Würde, die der Mensch hat, in Abbildlichkeit zu ihm zu erschaffen, zu sein, das er es gemacht hat und uns die Würde gegeben, frei zu sein und zu lieben. Und das ist auch die Antwort, die er gibt auf die Sünde, wenn wir weitergehen, wenn wir jetzt die ganze Schöpfung betrachtet haben, müssen wir auch noch das betrachten, dass er den Menschen schafft. Er schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis. Als Mann und Frau erschuf er sie, heißt es in der Heiligen Schrift, als Isch und Ischa. Im Hebräischen als Mann und Menin. So heißt es. Also ihr seht schon, wie er den Mensch macht. Und Thomas von der Gwin sagt, Gott schafft, insofern er sich selbst denkt, wie er das, was er in sich hat, so macht er den Menschen. Und er schuf den Menschen also nicht als einen. Da wäre er selbst nur einer gewesen. Er hat zwei hervorgebracht, die in Liebe zueinander stehen. Er hat zwei hervorgebracht, die in Liebe zueinander stehen. Das ist Mann und Frau. Also muss er selbst so sein. Er kann nicht einer sein, sondern er ist schon einer, aber drei Personen, die sich lieben. Eben der Vater und der Sohn lieben sich im Heiligen Geist. Und so auch Mann und Frau lieben sich. Sie sind aufeinander zugeordnet. Und so schafft er schon den Menschen. Wie er selbst ist. Liebe. Die sich verschenken will, die nicht bei sich bleiben will, sondern sich dem Anderen schenkt. Und verschenkt. Das siehst du schon in der Schöpfung. Überreich schenkt er alles. Er will nichts für sich behalten, sondern schenkt es uns. Damit wir ihn erkennen, zu seiner Ehre, dass wir ihn loben, aber auch als Geschenk für uns, als Gabe. Schau mal so, das schenke ich dir. Wenn ein kleines Kind kommt und am Muttertag der Mama einen Blumenstrauß schenkt. Er sagt, Mama, das ist für dich, weil ich dich liebe. Tust du in der Materie deine Liebe hinein, in den Blumenstrauß tut das kleine Kind die Liebe hinein. Mama, ich habe dich lieb. Jetzt schaut mal da hin, da draußen hin. Seht ihr nicht, wie ich euch liebe? Habe ich euch das alles nicht geschenkt? Überlegt einmal. So weit kommen wir gar nicht mehr. Wir machen es selbst so als kleine Kinder. Verliebte untereinander machen es, dass sie sich Geschenke schenken. Wir beschenken uns jetzt an Weihnachten, die, die wir gern haben und so weiter. Was hat Gott gemacht? Wie hat er uns beschenkt? Seinem ganzen Reichtum hat er uns beschenkt. Können wir uns gar nicht vorstellen. Was für eine Liebe muss da sein, uns zu beschenken und jetzt auch nochmal zu beschenken, wenn es schief geht. Wenn wir diese Freiheit falsch nützen. Nicht zum Guten, nicht zur Liebe, sondern anders nutzen. Für uns selbst. Und das ist passiert. Und es muss auch so sein, dass diese Prüfung kommt, weil eben ein Geschöpf, das frei ist, kannst du nicht zwingen. jetzt überleg dir mal, wäre es jemand, ein junges Mädchen oder ein Junge und der Freundeskreis würde zum Beispiel diesen Jungen oder dieses Mädchen zwingen, jemanden zu lieben. Jetzt überleg dir mal, was würde dir sagen, wenn dich jemand zwingen würde, du musst jetzt den lieben. Wird es das tun? Er sagt, nee, das muss ich freimachen. Geht nicht. Es ist genauso, wenn ich gezwungen worden wäre, du musst jetzt Priester werden. Da ich sage, aber stopp mal, aber hallo, das geht nicht. Wenn jemand mir, jemand anders mir das gesagt habe, du musst jetzt das tun, sagt, nein, muss ich selbst entscheiden. Die Liebe kann man nicht machen, die Liebe kann man nicht erzwingen, aber sie wird auch geprüft. Sie wird geprüft und sie muss geprüft werden, ob sie den annimmt, der sie erschaffen hat. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ihr könnt manchmal so, wenn jetzt Gott wäre, dann hätte ihr die ganze Schar vor euch, die ihr erschaffen habt. Engel und Menschen. Jetzt überleg dir mal, du wärst jetzt Gott. Manchmal hilft das, wenn wir das irgendwie in Gedanken uns vorspielen und vielleicht durchexerzieren und dann siehst du die alle, die du gemacht hast, aber frei, so wie du selbst frei bist. Und jetzt was machen sie? Jetzt überleg dir mal, du wirst da stehen, dann siehst du alle, die schauen dich an, alle erkennen, von dem sind wir. Der hat uns gemacht. Und was würde jetzt der Gott tun? Der würde jetzt hinstehen und sagen, ja, was machen sie jetzt? Erkennen sie mich an oder nicht?